Auf wen müssen wir schießen? Ja, auf die anderen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die sind. Achso, auf rote. Ja, komm. Hier lang. Ich wollte jetzt erstmal die blauen alle erschießen. Aber... So, jetzt müssen wir auf... Nee, wir müssen noch... Ey, warte mal, lass mal geradeaus weitergehen, dann sind wir im Westen. Ja, eben, da wollte ich hin. Die hab ich auch gerade gesehen. Kann man hier rein? Ja, siehst du au... Nee, außen rum. Ah, verdammt, ey. Nee, kommst du ja nirgendswo rein. Nee, komm mal, wir werden, glaub ich, irgendwie jetzt gar nicht beschossen. Guck mal, das Auto, das flackert voll. Von wem werden wir beschossen? Komm, wir holen uns hier das Auto, dieses buggige. Da oben ist einer auf dem Dach. Wow. Okay, das war nicht buggy. Ey, warte mal, hier ist einer. Ist das ein Gegner? Nein, das ist kein Gegner, das ist ein Opi. Warte. Da hinten sehe ich einen blauen. Okay. Jetzt müssen wir die roten killen, ne? Ja. Dann fahren wir hier die Seitenstraße. Fahr geradeaus, da müsste einer rechts jetzt hier sein. Da ist er. Da. Ja. Steig aus. Oh, ich bin tot. Haben wir gefailt jetzt? Nee, ich leb noch, aber der ist irgendwie hinter der Mauer, die Sau. Ja, ich hab den auch nicht gesehen. Aber ich bin in 10, 9 Sekunden wieder da. Der ist schon mal tot? Jetzt los. Bei mir ist Loading. Hey, wir haben gewonnen. Yeah. Wuhu. Sehr geil. Und ich hab überhaupt keinen getötet. Wuhu. Und ich wurde getötet. Aber wir sind Auto gefahren. Fortfahren. Ja, bei mir ist Loading mal wieder. Ja, bei mir stand unten rechts. Wird heruntergegangen ins Ladevorgang. Irgendwie lädt sich das Spiel nur tot. Ja, ja. Wenn du auch schon mit 400 KB wieder runterlädst, dann bist du da. Ah, jetzt hier. Also haben wir gerade gewonnen, sagst du? Jo. Die Runde müssen wir jetzt auch gewinnen. Da haben wir die komplette Dings gewonnen. Wo bist denn du? Ach, du stehst da bei dem anderen. Ja, der steht irgendwie zwischen mir da. Sollen wir hier lang gehen? Äh, bei mir lädt der hier noch. Warte mal, wo bist du denn lang? Ja, lass mal hier. Lass mal am besten da. Kommen wir da hoch? Ne, da kommen wir nicht hoch. Schade. Lauf du jetzt mal vor. Warte mal, ich guck mal, ob ich da hinten die Weste. Lass mal hinten zu der Weste mal gucken. Da ist eine Panzerfaust, ne? Ja, aber ich guck mal, ob wir die Weste jetzt da kriegen. Ich will auch in der Weste. Da ist eine Leiter. Ja. Warte mal, ist die Weste jetzt auch oben auf der Leiter? Ist die hier an der Seite? Warte mal. Ne, lass mal die Leiter hoch. Ich bin schon oben. Aber ich sehe hier keine Weste. Doch. Ha. Ich hab sie. Ja, jetzt hab ich die. Hier steht nur eine. Egal. Warte mal, ich geh jetzt weiter hier auf dem Dach hoch. Ah, warte mal, du kannst hier komplett hochklettern. Ja, wir haben kein Gewehr, oder? Wir haben nur diese komische Pistole. Ja, egal. Lass mal ausprobieren. Aber wir können mit der Pistole auch vom Dach aus die alle erschießen, ne? Lass mal... Ah, guck mal, da hinten kann man komplett über das Dach gehen. Ah, du kannst komplett hier links lang? Wow. Oh. Da ist einer, ne? Da links. Von uns. Ja. Warte mal, der ist im Auto, der ist in so einem Auto drin. Komm, wir müssen da. Ach, guck mal, da ist die andere Leiter, warte mal, wir können hier weiter hoch. Boah, fuck. Guck mal, der ist da unten. Ah, der hat nur noch ein bisschen Energie. Ja, ich habe ihn gesehen. Der ist da weggefahren. Angsthase. So, und jetzt? Wo sind die denn jetzt? Guck mal, da hinten können wir weiter. Ah, guck mal, da können wir noch weiter hoch. Aber nicht noch weiter, oder? Doch. Ne, aber da hinten können wir die Typen dann richtig kriegen. Sehr geil. Und die sind da alle an der Treppe und wir, an der Ecke und wir kriegen die jetzt auf der Straße. Kommen wir da auch noch reinhören? Ja, aber wir sehen die nicht. Aber doch, die müssen da jetzt. Guck mal, doch, die müssen jetzt nach rechts kommen. Da, da sehe ich. Guck mal, da sind sie doch, ja. Da unten. Hab ihn. Ah, ich bin echt mies. Matchloser. Ich bin Matchloser. Aber ich habe 3.300. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Jawoll. Hab dich gerecht. Sehr geil. Und wir sind Gewinner. Wie geil. Ich bin der Loser des Spiels, aber wir sind die Gewinner. Sehr geil. Wende dich nicht gegen La Familia. Ach, Stinkefinger. Bam. Wo bist du denn? Bist du rausgegangen? Nee. Weil du nicht mehr, ach da, du bist nicht mehr in der Liste hier drin. Du bei mir aber auch nicht. Ich glaube, das sind immer nur die letzten, die übergeblieben sind oder die tot sind. Also ich bin in der Loserliste und du in der Winnerliste wahrscheinlich. Anscheinend, ja. Ey, ich habe zwei Leute gekillt. Wow. Ich habe nichts gemacht. Was jetzt? Trax eins. Wollen wir quite? Jetzt steht ja da unten Sätze vor Ort. Jetzt musst du wieder warten. Das dauert jetzt wieder eine halbe Stunde. Ja, sollen wir mal so durch die Stadt tigern? Ja, ja. Ich muss gerade warten. Bei mir ist hier noch das Bild. Okay, dann mache ich Confirm, Exit. Und dann mal gucken. Beenden. Beenden. Genau. Bist du sicher, dass du die Abstand verlassen willst? Ja. Ich habe nochmal wieder vollgelost. Ah, das... Also, Deathmatch ist geil. War das jetzt Deathmatch? Genau, das war dieses, ähm... Das war aber Last Man Standing, war das. Ah, okay. Und es gibt nochmal Deathmatch, gibt es auch noch... Folge dem Anführer. Wie geil ist das denn? Du kannst hier Folge dem Anführer, da ist hier für Raubüberfall, da gibt es den Boss, der plant dann von zu Hause, die ganze Aktion aus seinem Apartment, und muss auch die Kohle vorstrecken. Okay. Wie kann man denn die Jobs machen? Ich habe das noch nicht gepeilt. Über dein Telefon kannst du das alles machen. Zum Beispiel. So, jetzt komm. Jetzt muss ich... Ich muss dich jetzt erstmal suchen. Wo bist du? Ich bin noch am Laden. Ich habe keine Ahnung, warum der so viel lädt. Bei mir hat das jetzt auch voll lange gedauert. Ich muss das da auf eine SSD packen, ey. Jetzt muss ich... Das glaube ich liegt nicht mal an der Festplatte, das liegt an einem Server. Wo ist denn jetzt mein Auto? Ah, jetzt... Jetzt... Jetzt tut sich was. Ist das mein Auto? Ja, das ist mein Auto. Da will ich hin. Hier ist eine Garage. Mal gucken, ob ich da ein Auto habe. Ich kann die Garage mieten. Will ich ja nicht. Ich habe ja kein Geld. Oh, jetzt muss ich bestimmt die Kohle einzahlen, ne? Wo kann man eigentlich sein Konto sehen? Ja. Äh, drück mal M. Dann hast du immer... Wenn du auf Inventar gehst, dann gibt's da Bargeld. Ja. Und da kannst du auch sagen, wenn du einen Job erlegt hast, kannst du es mit Freunden teilen. Ja, ich will das doch nicht scheren. Ich will wissen, wie viel ich habe. Äh, wie viel du hast, steht doch nochmal so oben rechts. Äh, drück mal Y einmal kurz. Ah, jetzt, da. Oh ja, ich muss 4000 einzahlen gehen. Äh, ich habe 13405. Aber wo bist du? Warte mal, ich muss dich doch jetzt auf der Karte hier sehen. Ich brauche jetzt erstmal einen Geldautomaten. Das kann ich ja bei M finden, ne? ATM. Ach, warte mal, du bist... Warte mal, Q mit Gold ist glaube ich mal rot, ne? Warte mal. Und wenn du Escape drückst, dann kriegst du nämlich die Karte. Und da können wir nicht auch alte Jobs und so finden. Warte mal. Ich brauche jetzt mal eine Cover. Ey, ich such dich gerade. Dann würde ich dich abfuhren, dann fahr mal zusammen zu bangen. Warte mal, bist du hier der rote Punkt? Ne, rote Punkt bin ich nicht. Ich müsste ein blauer sein, glaube ich. Ein blauer? Warum sehe ich dich hier nicht? Ich habe jetzt auch mal P gemacht. Warum... ich sehe dich auf der Karte nicht. Ich raffe das gerade nicht. Aber ich sehe dich auch nicht in der Spielerliste. Wenn ich Y drücke, sehe ich ja die Spielerliste, ne? Ja. Dann bist du bei mir nicht drin. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Freunde online. Ach, warte mal. Du bist in einem anderen Spiel. Wie im anderen Spiel. Warte mal. Spiele online zum Spiel beitreten. Wieder online Pause mit den Freunde. Suche um eine Sitzung mit deinen Freunden beizutreten. Ah, bist du sicher, dass du anderen online beitreten willst? Ja, möchte ich. Will zum Onko. Komm zu mir. Komm mal rein. Tschüss. Ein bisschen verwirrend teilweise. Ja. Bei dir ist ja dieses Rauschen im Hintergrund. Was für ein Rauschen, ey? Du bist ein Rauschen. Ich erinnere, als ob du irgendwo eine Anlage bist. Ja, es ist das Mikrofon. Aber ich hab das doch schon runtergedreht. Aber ich kann es noch weiter runterdrehen. So, jetzt bin ich fast drin. So, jetzt guck ich mal auf die Karte. Jetzt müsste ich nämlich... Ah, guck mal. Wenn du anderen Leuten angreifst, dein Besitz... Soziopath oder Hörspieler ist nur... Achso, vor roten Punkten solltest du dich fernhalten. Ja, jetzt seh ich dich auch in der Liste. In der Spielerliste. Und jetzt müsste ich dich ja auch auf die Karte sehen. Wenn die Karte jetzt mal hier Vollbild wird. Boah, ist das lahmarschig. Komm, lad schon. So. Ah, da bist du. Da, du bist... Ach, du bist dann so blau mit Turkis. Bleib mal stehen, ich hol dich ab, warte. Ja, ich bin hier am Geldautomaten, also komm ruhig hier hin. Ja, ich komm da. Ich komm zu dir. Hol dich jetzt mit meinem 7er BMW ab. Ja, mir ist vorhin der Bentley weggefahren. So eine Scheiße. Ja, du kannst die Premiumautos, kannst du auch nicht tunen. Ich hatte vorhin so ein Premiumauto, was du online kaufen musst, das hab ich geklaut. Und das hat einen Peilsender gehabt, der mir gesagt hat, das darf ich nicht tunen. So. Kohle hab ich eingezahlt. Ja, ich bin jetzt sofort bei dir. Ja, ich überfall schon mal die... Warum kann ich die Tankstelle nicht ausrauben? Warte, das können wir gar nicht machen. Äh... Ja, aber ich komm da ja gar nicht rein. Man muss da irgendwie erstmal in die Tankstelle rein, oder nicht? Ja, das kann sein, dass wir das planen müssen, irgendwie. Die Auraubüberfälle, wie hast du da vorhin standen? Ich hab irgendwie im Internet gelesen, man kann einfach irgendwas überfallen. Warte mal, du müsstest jetzt hier sein. Ja, ich seh dich. Also auf der Karte. Da. Ich war viergeparkt, der dicke Wagen. Ist der hier nicht schon schnieke? Ja. Aber der ist nicht schnieke genug. Ähm, wo ist der Bankautomat da? So eine Dreckskacke. Wer schießt hier auf uns? Nee, der. Warum? Ich hab keine Ahnung, wer hat auf dich geschossen? Ich hab auf deinen Reifen geschossen und dann schießt der auf mich? Warte, ich komm zu dir. Ich hab dich... ...gerecht. Oh fuck. Scheiße. Die ganzen Verrückten hier. Ab ihn. Aber hier ist noch irgendwo einer. Der hier ist tot. Hier hat noch einer geschossen. Ach hier, von der anderen Seite. Andere Seite? Hab ich. Perfekt. So, kann ich jetzt in Ruhe mein Geld hier... ...mal wegtun? Ja, von mir aus hättest du das schon die ganze Zeit machen können. Du musst ja hier nicht rumschießen wie so ein... Da hast du ein Auto betreten, da muss ich dein Auto kaputt machen. Das ist nicht mein Auto, das hab ich eh niemanden geklaut. Einzahl. Ja. Aber jetzt kommen die Bullen. Überweisung abgeschlossen, ich bin fertig. Okay. Okay. So. Also ich muss glaube ich auch nochmal einen zahlen.